Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen und weiteren Video. Von mir ist heute nicht wieder riesig, dass ihr heute eingeschaltet habt. Heute möchte ich mit euch über die folgenden Themen sprechen. Zum einen gucken wir uns die Aussagen von einem CEO von Pantera Capital an, der sich zum Thema Bitcoin und Fundamentaldaten geäußert hat. Außerdem gucken wir uns die Aussagen vom Twitter-CEO an, der glaubt, dass der Bitcoin die native Währung des Internets sei. Und zu guter Letzt gucken wir uns das große Kryptobörsensterben an, das im Jahr 2019 voranschreiten wird. Doch bevor wir uns diese Sachen angucken, würde ich mich riesig darüber freuen, wenn die 63% der Zuschauer, die aktuell noch keine Abonnenten sind, das Ganze hier verändern. Denn in Zukunft werde ich auch weiterhin versuchen, jeden Tag ein neues Video zu veröffentlichen mit den interessantesten Neuigkeiten zum Thema Bitcoin und Kryptowährungen. Und daher würde sich ein Abo auf jeden Fall für euch lohnen. Ich würde sagen, wir fangen direkt erstmal mit dem ersten Thema an. Und hier geht es, wie gesagt, um die Aussagen vom CEO von Pantera Capital. Und er geht davon aus oder glaubt, dass die Bitcoin-Fundamentaldaten noch viel stärker sind als zum Bärenmarkt oder in Zeiten des Bärenmarktes 2015. Und zwar handelt es sich um Dan Moorhead hier in dem Fall, der sich mit der Journalistin Laura Shin in dem Podcast, Anschein Podcast, unterhalten hat. Und dort hat er seine aktuellen Gedanken zu der Beisee geäußert. Und er hat auch über die Zukunft der Kryptowährungen und das Interesse der institutionellen Investoren gesprochen. Er ist natürlich deswegen ein relativ guter Ansprechpartner, weil er sich mit seinem Unternehmen Pantera Capital natürlich um Blockchain Investment Fonds kümmert. Heißt also nichts anderes, als dass er die Gelder, die investiert werden in das Unternehmen, selber betreut, beziehungsweise das mit seinem Team, mit seiner Firma gemeinsam macht und natürlich auch den einen oder anderen guten Draht zu anderen Investment Fonds hat, um sich hier auszutauschen. Heißt also, er hat definitiv auch die ein oder andere Insider-Information und seine Sichtweisen werden nun hier bekannt gegeben. Als erstes sagt er in dem Interview, dass er sich keine Sorgen darüber macht, dass der Bitcoin und Co. bestehen bleiben. Denn aus seiner Sicht ist der Bitcoin quasi kurz vor dem Kryptowinterende. Am heutigen Tag ist es zum Beispiel auch so, dass das die längste Beisee ist, die es jemals im Bitcoin-Kontext gab. Es gab noch nie eine längere Phase, in der ein so negativer Trend stattgefunden hat. Und wir werden laut seiner Aussage wohl in der nächsten Zeit das Ende des Kryptowinters feststellen. Seine Aussage dazu war, ich denke, die zugrunde liegenden Fundamentaldaten sind viel stärker als im Kryptowinter 2014-15. Und es mag ein Zufall sein, aber es ist lustig, dass Craig Wright am Ende des Kryptowinters auftaucht. Was also nichts anderes bedeutet, als dass er davon ausgeht, dass das Kryptowinterende hier eingeläutet wurde. Und er spricht natürlich auch darüber, dass die Branche sich weiter wandelt, es immer mehr wirklich gute Adaptionen gibt, immer mehr interessante Dinge, die passieren. Und er glaubt auch, dass zukünftig weitere institutionelle finanzielle Mittel, liquide Mittel in den Markt gepumpt werden. Seine Aussage dazu war, institutionelle Anleger wollen wirklich eine Depotbank, die bekannt und reguliert ist. Das hatten wir in der Vergangenheit wirklich nicht. Und da spricht er natürlich vor allem die Themen wie Fidelity und Backed an, die Custody-Lösungen, die dort angeboten werden, beziehungsweise den Bitcoin Future. Und das natürlich alles nach einem wirklich regulierten Maßstab. Das ist ja die Grundvoraussetzung, um solche Marktplätze dann auch wirklich führen zu können. Und ja, wir sehen also hier, dass die Sachen oder beziehungsweise die Veränderungen hier wirklich für den Bitcoin sprechen. Er hat dann nochmal so ein bisschen aus seinem eigenen Erfahrungsschatz darüber gesprochen und nannte das Beispiel an seinem eigenen Fonds. Bedeutet also, 2013, als der Bitcoin noch bei 65 Dollar lag, gab es niemanden, der Interesse an Pantera Capital hatte. Und als der Bitcoin dann auf über 1000 Dollar pro Stück geklettert ist, gab es immer mehr Menschen, die sich mit dem Thema identifizieren konnten, sich dafür interessiert haben und damit auch weitere Menschen, die in Pantera Capital investieren wollten, um ja quasi einen Vermögensverwalter hier zu haben. Was also letztendlich wirklich für den Bitcoin aktuell spricht, ist natürlich, dass der Bitcoin zum jetzigen Zeitpunkt deutlich mehr wert ist, als er es 2013 war. Wir haben natürlich seit 2017 einen herben Rückschlag erlitten. Alleine das letzte Jahr war wirklich nicht gut, aber das bedeutet nicht, dass es nicht in Zukunft wieder nach oben gehen kann. Außerdem spricht er noch so ein bisschen über die Ziele von Pantera Capital. Er sagte, wir investieren in das gesamte Spektrum. Wir investieren in Pre-Auction, ICOs und Liquid-Block-Ketten und Ventures. Das hat sich in den letzten Jahren dramatisch verändert. Bedeutet also nichts anderes, als dass er jetzt grundsätzlich darüber nachgedacht hat, wie er das ganze Unternehmen anders führen kann und daran glaubt, dass es ein sinnvoller Schritt wäre, hier verschiedene Assets als Investmentmöglichkeiten wahrzunehmen. Als zweites Thema haben wir hier den CEO von Twitter, der sich in einem Interview mit dem MMA-Kämpfer Joe Rogan über den Bitcoin unterhalten hat. Hier ging es vor allem erstmal um die sogenannte Cash-App von Square Enix. und das ganze Thema ist dann so ein bisschen zum Bitcoin übergegangen. Bedeutet also, es ging um dezentrale Zahlungsoptionen und Bitcoin sei aus seiner Sicht tatsächlich die Währung, die das Internet gerade als native Währung hat. Er sagte im Moment nicht. Ich glaube, dass das Internet eine eigene Währung haben wird und ich weiß nicht, ob es Bitcoin sein wird, aber ich denke, es wird Bitcoin sein. Und damit könnte er den Nagel auf den Kopf treffen. Ich glaube, es kommt aber immer darauf an, um wen es hierbei geht. Es gibt natürlich viele Ansichten, welcher Coin der richtige ist. Die einen sind für den Bitcoin und mögen die Idee dahinter, die anderen sind eher Ethereum-Fans oder mögen vielleicht Monero, IOTA oder andere Kryptowährungen, die erschaffen wurden. Und es ist also einfach eine große Vielzahl und dass jemand wie der Twitter-CEO für den Bitcoin ist und ihn grundsätzlich wertschätzt, das ist zwar eine gute Nachricht, aber das hat natürlich keine großen Auswirkungen. Ich glaube aber, gerade wenn sich solche großen Unternehmer beziehungsweise Geschäftsführer von großen Unternehmen sich mit diesem Thema weiter auseinandersetzen und dieses tatsächlich befürworten, obwohl sie eigene Produkte auf den Markt bringen, dann spricht das schon dafür, dass es auch in Zukunft weiter nach oben gehen kann. Ich bin sehr, sehr gespannt, ob auch jemand wie Jack Dorsey, in dem Fall der Twitter-CEO, hier ja weitere Möglichkeiten auch der Bezahlung, zum Beispiel bei Twitter, wenn es um das Thema Advertising und so weiter geht, mit einfließen lassen wird. Es gäbe die Möglichkeiten und das wäre natürlich auch ein großer Schritt in die richtige Richtung. Zu guter Letzt gucken wir uns das große Kryptobörsensterben an. Wir haben jetzt im Jahr 2019 noch nicht wirklich viele Aussagen dazu getroffen oder beziehungsweise mitbekommen, wo es darum ging, dass verschiedene Börsen offline gehen mussten. Natürlich hatten wir 2018 kein einfaches Jahr und wir hatten verschiedene Aussagen von Unternehmen, wie zum Beispiel Bitmain und so, wo verschiedene, also beziehungsweise viele Mitarbeiter gekündigt werden mussten, um einfach die finanzielle Belastung zu minimieren. und ansonsten gab es ja keine wirklich große Schließung im Jahr 2018. 2019 sieht das schon ein bisschen anders aus. Wir haben hier zum Beispiel die Plattform Liquid oder liquid.io, die sich jetzt geschlossen hat. Das Ganze gründet natürlich oder wird dadurch begründet, dass 2017 mal viele verschiedene Exchanges aus dem Boden gestampft wurden, die wirklich viel Geld einnehmen konnten, richtige Gelddruckmaschinen quasi. Diese haben sich aber weder mit dem neuer Customer oder diesem ganzen Anti-Geldwäsche-Richtlinien auseinandergesetzt. Es ging einfach nur darum, schnell viel Geld zu verdienen und sie haben sich dadurch natürlich auch nicht mit IT auseinandergesetzt. Sie wussten nichts mit Infrastrukturen anzufangen und deswegen haben sie natürlich auch das große Problem, dass sie gerade aufgrund der ganzen Börsenmanipulationen und der ganzen Hacks, die stattfinden, hier wirklich zu leiden haben. Die meisten großen Börsen haben zwar viel Geld einnehmen können, aber haben vielleicht nicht das beste Personal, um diese Angriffe wirklich abzuwehren. Und deswegen hat jetzt zum Beispiel Liqui.io, vor allem auch, weil es gerade kein All-Time-High gibt oder kein wirkliches High von Bitcoin, hier einige Zahlen und natürlich auch einige finanzielle Mittel einbüßen müssen. Das wird sicherlich im Jahr 2019 noch weiteren Börsen so ergehen, soweit ich das jedenfalls beurteilen kann. Es kann nicht sein, oder beziehungsweise es wird wahrscheinlich nicht so sein, dass wir, wenn der Preis aktuell auf dem Wert ist, wie zur Zeit, und dass es dann wirklich gut für die meisten Börsen ausgehen wird. Was man aber bedenken muss, und das ist, glaube ich, das, was man hier daraus lernen sollte, ist natürlich, dass man seine Kryptowährungen nicht auf einer Kryptobörse halten sollte. Natürlich kann man das bis zu einem gewissen Teil machen, wenn man anfängt zu traden, das sogar aktiv betreibt, dann ist es natürlich vollkommen in Ordnung und das ist wahrscheinlich auch der sinnvollste Weg. Aber man sollte sich lieber, wenn man große Mengen an verschiedenen Kryptowährungen hat, ein Cold Wallet zulegen, diese dort liegen lassen und dann seid ihr auch davor sicher, dass, falls die Börse offline geht, dass ihr eure Coins nicht verliert. Ich glaube, das ist das größte Interesse von jeder Person, die sich mit dem Thema Kryptowährungen auseinandersetzt. Vertraut lieber euch selber, anstatt irgendwelchen zentralen Figuren, irgendwelchen Marktplätzen, denen ihr eure Private Keys in Anführungsstrichen anvertrauen müsst, beziehungsweise die die Private Keys für euch verwalten, nur damit ihr irgendwie ein bisschen traden könnt oder beziehungsweise, weil ihr kein Interesse daran hattet, euch mit einem Hardware Wallet auseinanderzusetzen. Gut, ich hoffe, euch hat dieses kurze und informative Video gefallen. Falls das so war, würde ich mich riesig über einen Daumen nach oben freuen und wenn ihr weitere Videos zu dem oder anderen Themen sehen wollt, dann würde ich mich auch riesig über ein Abo freuen. Ansonsten hören und sehen wir uns die Tage wieder. Ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal.